Hallo Menschen! Nachdem ich vor Monaten schon mal gefragt wurde, ob ich nicht ein paar Booktuber empfehlen kann und inzwischen aber den Booktuber-Tag drehte, in dem ich vor allem deutschsprachige Booktuber empfehle und nachdem Oh Why So Sad diesen oder vergangenen Monat ebenfalls ihre liebsten englischsprachigen Booktuber vorstellte, dachte ich mir, ich mach das auch mal. Es sollen in dieser ersten Runde zehn Stück sein, ich folge aber sehr vielen englischsprachigen Booktubers, das heißt, es wird auf jeden Fall irgendwann mal einen zweiten Teil geben. Ich hab das aber jetzt nicht so für die nächsten Wochen geplant, sondern einfach irgendwann in der Zukunft mal. Und dann geht es auch schon los mit Climb the Stack. Sie ist inzwischen auch schon etwas größer geworden, also ich glaube, sie hat so 10.000 Abonnenten, das heißt, viele von euch könnten sie vielleicht schon kennen. Ihre Hauptrichtung sind Memoiren und ansonsten liest sie aber einfach sehr, sehr viel Literary Fiction und immer zwischendrin auch mal ein paar Klassiker. Was ich bei Isomag ist, dass sie wirklich anspruchsvolle Literatur liest, aber das trotzdem so zur Unterhaltung. Also man hat nie das Gefühl, dass sie sich hinstellt und sagt, ach, jetzt hab ich wieder den Klassiker gelesen, sondern sie liest es, weil sie es interessiert und sie geht da ganz natürlich und locker heran. Was ich aber vor allem erwähnen möchte, ist, dass ich der Meinung bin, sie hat die besten Rezensionen überhaupt. Die sind intelligent und vielschichtig und wenn sie 10 Minuten lang redet, dann sind das 10 Minuten voller spannender, gut formulierter Analyse. Wirklich absolut empfehlenswert, meiner Meinung nach, und ich versuche von ihr auch immer noch zu lernen, denn manches formuliert sie auch schnell und gut und kompakt, was ich immer noch nicht so gut kann, aber meiner Meinung nach ganz, ganz tolle Rezensionsvideos. Was ich auch mag, ist, dass sie sehr unaufgeregt und still ist, sie sitzt auch immer nur vor ihrem Regal. Es gibt von ihr früher ein paar Videos über Minimalismus, was ich auch sehr angenehm und interessant finde, dass es wirklich bei ihr um die Bücher geht, kein großes Pomborium, sehr, sehr sympathisch. Meine zweite Empfehlung geht in eine andere Richtung, nämlich Books and Pieces. Sie liest vor allem Science Fiction und in Abständen auch immer mal so ein bisschen Fantasy zwischendurch, aber ich habe das Gefühl, Science Fiction ist ihr Hauptrichtung. Dabei muss man aber sagen, dass es wirklich eher so die Erwachsenenliteratur ist, für das sie sich interessiert. Und bei ihr habe ich wirklich das Gefühl, sie weiß, wovon sie redet. Sie hat so viel Hintergrundwissen immer dabei und redet auch über die Motive und Themen und hat auch mal eine ganze Serie über die Geschichte der Science Fiction gemacht, dass man wirklich das Gefühl hat, hier sitzt nicht nur jemand und sagt, ja, diesen Science Fiction-Roman fand ich gut, sondern sie erzählt wirklich etwas darum und was das auch heutzutage noch für uns bedeutet. Was ich auch interessant finde, ist, dass ich ja meistens eher die ruhigen Booktubers mag und sie ist im Gegenteil, sie ist sehr lebendig, aber auf eine angenehme Art. Das heißt, ich finde, sie ist nicht so flippig, klamaukig wie manche andere. Ich meine, ich glaube, jeder von uns kennt das irgendwie, diese Booktubers, die auch ständig immer Jump Cuts haben und dann immer so blablabla sind. So ist sie nicht, aber sehr, sehr extrovertiert, sehr lebendig, ist auch mal eine schöne Abwechslung. Und wie gesagt, inhaltlich Science Fiction, die aber wirklich auch was auszusagen hat, meiner Meinung nach. Als nächstes möchte ich euch einen der wenigen älteren Herren hier auf Booktube empfehlen, nämlich The Poptimist. Bei ihm finde ich vor allem toll, dass er genau meinen Humor trifft. Ich bin ja nicht so einer, der ständig am Lachen ist, aber das ist genau das, was ich lustig finde. Er blendet dann auch immer so GIFs oder kleine Bilder ein, während er weiterredet und über das Buch erzählt und es passt immer so gut und ist genau mein Humor. Was ich auch mag, ist, dass er sehr schnell redet und wirklich auf den Punkt gebracht. Seine Rezensionen sind selten länger als vier, fünf Minuten und er liest vor allem Gegenwartsliteratur, also englischsprachige Gegenwartsliteratur. Da findet man auch immer wieder etwas. Er hat jetzt viel auf so meinen Bookerpreis auch ein bisschen mitgelesen und hauptsächlich Sachen, bei denen ich schon das Gefühl habe, es ist Unterhaltungsliteratur, aber wirklich anspruchsvolle, gute, interessante. Dann freue ich mich, dass ich euch wieder jemanden empfehlen kann, der sehr, sehr lange stumm war, aber jetzt endlich zurück und zwar One Small Paw. Sie ist definitiv diejenige, die mir so damals, vor zwei Jahren würde ich sagen, am meisten so über African-American Literature beigebracht hat. Sie hatte da, glaube ich, auch mal eine Serie dazu und hat viel über James Baldwin geredet und sie ist unter anderem auch diejenige, falls ihr euch erinnert, in meinem Statistik-Video für 2015 habe ich gesagt, dass ich nicht mehr so etwas zähle wie Hautfarbe, wie viele ich davon gelesen habe und so bla 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 und sie ist diejenige, die den Blog-Eintrag dazu geschrieben hat, der mich da zum Umdenken bewegt hat. Ich werde es euch auch mal verlinken, die Kanäle sind natürlich auch alle verlinkt, aber vor allem den Blog-Eintrag und von ihr habe ich einfach allgemein so viel gelernt, habe ich das Gefühl, in diese Richtung. Als nächstes möchte ich euch jemanden empfehlen, der vermutlich auch schon etwas größer ist, nämlich Jen Campbell. Bei ihr finde ich vor allem, sie ist so ein herzensguter, netter Mensch und inhaltlich sind auf ihrem Kanal viel Lyrik, magischer Realismus und so Märchen, auch Märchen-Neuerzählungen und dergleichen und sie hat halt auch so eine offene Art, es gibt ein ganz, ganz großartiges Video mit Just Kiss My Frog, in dem sie über ihre Behinderung redet oder ihre Krankheit, was ich euch auch verlinken werde. Und interessant ist auch, dass sie Autorin, Buchhändlerin und Booktuberin ist, dass sie also aus allen drei Bereichen so ein bisschen ihre Expertise mit reinbringt und über alle drei Bereiche auch erzählt. Was ich auch noch erwähnen möchte, sie hat eine ganz, ganz tolle Art, Vlogs zu drehen, zum Beispiel in Japan-Urlaub hat sie so drei Videos gemacht und das sind so schöne Bilder, also dafür, wenn ihr auch ein bisschen was so drumherum, nicht nur das reine Buch vorstellen, sondern halt so ein bisschen aus ihrem Leben, sie liest auch ihre eigene Lyrik, wenn ihr das haben wollt, dann einfach mal mit Jane Campbell vorbeischauen. Nummer sechs, die ich euch vorstellen möchte, ist Rincey Reads. Sie liest vor allem US-amerikanische Literary Fiction, würde ich sagen, so Gegenwartsliteratur zum Großteil eher weniger Klassiker und in Abständen ist auch mal ein Jugendbuch dabei, was sie aber, finde ich, also sehr, sehr gut, nicht negativ, aber kritisch betrachtet, was ich halt immer angenehm finde, wenn man da nicht einfach nur sagt, ja, das war so toll, bla bla bla, sondern sie geht da wirklich sehr detailliert ran. Sie ist außerdem bei Book Riot aktiv, die haben ja auch einen eigenen Kanal und dort ist sie zurzeit so für die Readers' Question verantwortlich, also wenn man den Zuschauer so ein paar Fragen stellt, ist eigentlich auch immer ganz interessant, was da so bereits rauskommt und ihren eigenen Kanal kann ich euch natürlich auch empfehlen. Nummer sieben ist vielleicht auch etwas spezieller, es ist Virginia Roof und bei ihr gibt es vor allem so feministische Literatur oder halt zumindest feministische Kommentare auch zu normaler Literatur. Das heißt, es geht wirklich sehr, sehr stark in die Social Justice-Richtung, ganz, ganz selten ist es sogar mir etwas zu viel, da denke ich mir, ich würde jetzt gerne etwas über das Buch hören, aber bei ihr es geht halt immer nicht nur um die Literatur, sondern auch ganz, ganz viel halt um die Gesellschaft und Kommentare und Kritik und so weiter und so fort. Ich mag das, weil es mich zum Denken anregt, wie gesagt, ist halt so Geschmackssache, manchen von euch wird es wahrscheinlich nicht gefallen, aber um halt mal so ein bisschen kritisch eine andere Richtung, beziehungsweise bei mir ist es natürlich keine andere Richtung eigentlich, aber wenn man halt so ein bisschen zum Denken angeregt werden möchte, da kann ich euch das auch empfehlen. Danach kommt wieder jemand, der inzwischen etwas größer geworden ist, nämlich Mercy's Bookish Musings. Sie geht eigentlich so genau in dieselbe Richtung wie Jen Campbell, beziehungsweise inzwischen ist es auch viel Fantasy, so ganz normal, reine Fantasy, aber zum Großteil ist es eher so magischer Realismus, oder wenn sie halt normale Literary Fiction liest, dann ist es immer etwas Besonderes, finde ich. Also mir fällt auch ganz oft auf, dass dieser Kreis so rund um Jen Campbell, wenn man mal ehrlich ist, ganz, ganz viel das Gleiche liest, aber es sind halt trotzdem Sachen, die ich außerhalb Booktubes nie höre, oder ganz, ganz selten. Also insofern ist es natürlich trotzdem schön, das zu hören, auch wenn man allen folgt, vielleicht Dinge immer dann doppelt und dreifach sieht, weil irgendein Hype gestartet wird. Ich kann es euch trotzdem empfehlen, weil das Sachen sind, die man, glaube ich, so in der normalen Kritik oder irgendwie auch selbst in deutschen Buchhandlungen relativ selten sieht. Als Vorletztes möchte ich euch My Name is Marie Ness empfehlen. Sie liest noch sehr, sehr viel YA und betrachtet das aber sehr, sehr kritisch. Sie hat auch mal ein Video darüber gemacht, dass sie das wirklich nicht böse meint und dass sie jetzt nicht absichtlich Bücher liest, die sie dann irgendwie verreißen kann. Aber ich mag es natürlich, wenn sie es dann hinstellt und sagt, Leute, das ist wirklich kein gutes Buch. Ich wollte es mögen, aber das und das ist falsch. Was ich vor allem auch ganz toll finde, ist, dass sie immer Kollaborationen organisiert. Sie hat zum Beispiel letztens ein Video gemacht mit ganz vielen über ihr schlechtestes oder liebstes Buch 2015 und sie durften halt immer nur eins wählen und kurz etwas zu sagen. Das ist im Endeffekt sehr, sehr interessant, wenn man sich so kurz fassen muss. Was ich auch sehr mag, ist, dass sie immer toll rekapituliert und über Veranstaltungen berichtet. Also es ist ja oft, ich falle auch oft in diese kleine Falle, dass man dann über die Buchmesse zum Beispiel halt sehr begeistert schreibt oder spricht, wenn man sagt, ah ja, es war so toll und das und das und das, aber sie stellt sich dann auch mal so den Schritt zurück und sagt, ja, es war schon toll, aber Folgendes ist mir dann auch noch aufgefallen. Also das mag ich sehr, dass sie auch so diesen Literaturbetrieb so ein bisschen kritisch betrachtet. Und als letztes noch einen weiteren Mann, nämlich What Carmel Reads. Der kommt aus Polen, liest aber zum Großteil, ich würde sagen zu 99 Prozent, einfach nur englische Literary Fiction und dabei ist es eine ganz tolle Mischung aus so Award-winning Books, die halt auch schon so ein bisschen groß sind jetzt und Sachen, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Allgemein würde ich sagen, es ist sehr, sehr vielseitig, also zwar wirklich nur Gegenwartslator, er liest jetzt keine Fantasy oder sonst was, aber da ist so viel dabei, von dem ich noch nie etwas hörte und vor allem wird es von ihm dann auch ganz, ganz toll kritisch betrachtet und er hat gute Rezensionen, mag ich sehr, wie er über Literatur spricht, auch ehrlich, natürlich, also würde ich zumindest von allen behaupten, dass sie ehrlich über Literatur hier reden, denen ich folge und bei ihm fällt es aber auf, dass er wirklich einen guten Blick auf Literatur hat, meiner Meinung nach. Ja, und das waren alle zehn Punkte, die ich euch so in der ersten Runde vorstellen wollte. Wie immer könnt ihr mir noch mehr empfehlen, schreibt mir ruhig etwas in die Kommentare, verlinkt mir irgendetwas, denn es sind zwar schon sehr viele, denen ich folge, aber es kann natürlich immer noch mehr und ich freue mich über neue Inspirationen und Leute, die auch in eine andere Richtung noch lesen. Gefällt mir sehr gut, schreibt mir da etwas, wenn ihr möchtet und ich glaube, das war alles, was ich euch jetzt sagen wollte. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal.